es ist immer popcorn aber die ganze zeit wackelt das ding hin und her das ist so niedlich ja nun erstmal potatoen drunter ich habe keine ahnung wie das funktioniert ja man muss nicht alles anknabbern und und Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 wird heftig diskutiert. Koko verteidigt ihre Hängematte. Guten Tag, aber das ist meine Hängematte. Tja, würde ich sagen, Koko hat die Hängematte gewonnen. Ja, eindeutig. Wahnsinn! Und du bist niedlich. Oh, das möchtest du nicht. Sie hat eben schon eine abgekriegt. Sie ist aber nicht ganz lernfähig. Darf ich da auch mit rein? Jetzt geht es von der anderen Seite. Na! Nice try! Ja, netter Versuch. Koko wins! Koko wins! Koko wins! Koko wins! Koko wins! Koko wins!